nein nein wobei hier waren bretter kaka das ist ganz schön kaka ja gut das hat nix gebracht wo krieg ich bloß steine ja das piekst im nacken also irgendwas muss ich noch machen ich glaube es war butter kann es sein dass das butter war ja das war butter so zack und für kuchen habe ich aber gleich everything wenn dann mal das mehl fertig wird hier die sau aber das sind ja nur noch 25 sekunden und während ich das sage sind schon deutlich weniger aber ich muss ich muss zweimal muss ich zweimal kekse ich muss auch zweimal kekse backen da fehlt noch mal ja gut die butter kommt ja gleich das dauert eigentlich länger der kuchen dauert zehn minuten die kekse dauern 20 minuten ja gut kommen wir machen erst den kuchen und wenn dann die butter gleich fertig ist dann machen wir die kekse und dann läuft das von allein und das hier braucht noch und ich brauche natürlich noch mehr butter das heißt ich mache noch mal butter dafür muss ich dann zwar wieder eine afghani abschneiden aber so ist das man schneidet hier was ab und da muss man was neu pflanzen genau das war das was mir nicht einfiel ja ok die schneide ich jetzt gerade nicht ab weil ihr wisst schon kein platz im schuppen im lager also ich habe da schon platz aber nicht so extrem viel wenn ich das jetzt alles abschneide dann kann ich das alles vergessen alles auch die dinge die ich nicht vergessen kann die kann ich dann vergessen was ist in meinem unternehmen ich habe ein fünftes mitglied bekommen hallo war vor 43 minuten online na da kommt doch mal bewegung rein freut mich sehr also falls du das siehst herzlich willkommen ach der ist schon seit zwei tagen da ok schreibe ich jetzt hier auch noch mal rein herzlich willkommen oh man sieht es nicht weil ich davor bin glaube ich aber er hat bei herzlich einfach das he weggelassen und bei willkommen einfach das w also stand da zlich willkommen das liegt im übrigen daran dass ich eine eine gummi tastatur benutze weil damit die nicht so ein lärm macht damit kannst du gerade so zocken das geht wohl da musste aber hin und wieder mal eine taste fester drücken oder nachdrücken und schreiben ja ist jetzt nicht unbedingt ähm dafür geeignet also du kannst das schon aber da musst du öfter mal neu tippen ja das erklärt das warum ich da so ein quatsch geschrieben habe ich werde aber noch mal eine butter machen müssen ich werde aber noch mal eine butter machen müssen geht das ja das das geht das geht ja na Butter 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 ja überall diese haare ja wirklich überall okay ähm dann gucken wir hier nochmal rein wir suchen immer noch fünf Bretter und zwei Steine die Steine hätte ich schon haben können wenn ich das Geld vorhin gehabt hätte aber das war leider nicht drin nö 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 wie gesagt ich könnte jetzt einfach Bretter anfangen zu reparieren aber also nicht Bretter reparieren sondern Bänke reparieren und anderen Scheiß und dann eventuell Bretter bekommen aber die Chance ist auch groß dass ich was anderes bekomme das ich nicht haben will also was ich nicht brauche aber eventuell dann doch haben will in Anführungsstrichen und dann ähm muss ich wieder muss ich wieder Sachen verkaufen weil der Schuppen hier so gut wie voll ist und ähm dann verkaufe ich vielleicht aus Versehen wieder Sachen die ich dann an anderer Seite wieder mühselig zusammensuchen muss ich meine klar das lässt sich nicht vermeiden aber wenn ich gerade das Gefühl habe ach dass ähm ähm äh äh dass ich alles habe was ich brauche dann mache ich mir das damit wieder kaputt ich weiß nicht ob das das ursprüngliche Ende des Satzes war den ich da im Kopf hatte aber ich habe es einfach mal zu Ende geführt weil ich mehr 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 ist mir leider nicht eingefallen gut kind ihr noch diese barsketball körbe je nachdem wo ihr zur schule gegangen seid oder zur schule geht habt ihr eventuell auf dem Schulhof so metallene Basketballkörbe stehen oder auf einem Spielplatz irgendwo in der Umgebung oder so. Aber habt ihr als Kind auch immer oder tut ihr es noch an so Körben gespielt, Basketball draußen, einfach nur so sinnlos Bälle da in den Korb werfen oder oder versuchen ranzuspringen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das würde mich hart interessieren.